Das ging aber jetzt flott. Ich muss mal in den Pilotenstand. Das ist schwer beim Gehen zu filmen. Bisweilen unmöglich. Ah, ich filme hoch. Jetzt wird der Platz ja sowieso gewalzt. Ja, haben wir. Das ist ein Lebensprojekt. Ja, das war dann wieder gut. Das war dann wieder gut. Und durch die ganzen Baumaßnahmen vorher alles. Und dann, ja, oder so Schwemmungen. Ja, war es wirklich mal wieder möglich. Ja, zum Draufsetzen. Ja. Und damit haben wir den Rasen gemalzt. Dann mache ich nochmal, dann machen wir eben vier. So, ja, machen wir das. Auf die Rasen. Bei Mülz bleiben wir uns so ein Thema aus. Ja. Was kostet das? Bei Mülz für ein Wochenende, wahrscheinlich für ein Wochenende, ne? Ja. Ja, wir haben hier meistens Sonntags bis Sonntags los. Dann kommen wir uns mal drinnen rein. Ja. 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 Schick. Die sieht schon sehr geil aus in der Luft. Ja. Ja. Hast du sie schon gesehen, Andreas? Hä? Hast du sie in echt schon gesehen, oder wie? Ne, ich noch nicht. Aber ich habe mir Fotos angeguckt und wenn du dann siehst, wie groß die Leute daneben sind und andere Flieger, dann kannst du sehen, wie groß das Teil ist. Ach, Patrick kommt. Patrick kommt. Ja. Wenn es Patrick ist, aber nehme ich mal an, wenn er jetzt hier rein liegt. Dann kann der Kamerad da links wenigstens mal in seiner Muttersprache sprechen. Ja, genau. Ja. 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 Bis doch, wenn der Wind noch mehr fliegt. Aber du fliegst jetzt keine Dreiviertelstunde, oder? So lange kann ich mich die Kamera nicht halten. Ja. Doch der tot fliegt. Ja, die hat gesagt, dass dreiviertelstunde wird der Tank mitmachen. Und wenn der Wind. Ja. Ja, so ein bisschen. Nicht ganz. Ja. Jetzt geht er gerade gerade runter. Hier ist ungefähr 45 Grad zur Runway. Ich höre ihn jetzt. Das war doch Puppe. Würde ich auch sagen. Jetzt ist er wieder quer.